Heyo zusammen und woopsie Wow, willkommen zurück zu Let's Play Herr der Ringe schafft mir lehrt und schafft Ups, genau das Nein, ähm Zu, der Herr der Ringe Die Aufstieg, okay guys Leute Dummkopf, aber ich lasse das so Ich starte die Aufnahme nicht neu, Pechkappen Müsst ihr jetzt damit umgehen können, dass ich nicht sprechen kann Hab halt, hab halt ein Parasiten im Hirn Aber wenigstens vergesst euch nicht Umzuschalten, das ist schon Etwas, ne Außerdem muss ich euch ja immer mal wieder ein bisschen was Bieten können, wenn alles immer gleich und toll Und ähnlich langweilig ist, ist das ja doof Richtig spannend wird's jetzt Aber, denn wir sind dumm gewesen Also ich bin dumm gewesen, ich bin hier dumm gewesen Und hab dumm wie ich war Alter Plus 14.000, ich kann da machen was ich will, ne Aber, ich bin dumm gewesen Den Erebor zu verteidigen So gay, sorry Ich hab kein Bock drauf Äh Hems-Klamm ist geschenkt Ist wirklich geschenkt Das ist nicht geschenkt, aber das ist relativ easy Hab ich hier noch irgendeine coolen Keine coolen Schlachten Ja, dann machen wir jetzt den blöden Erebor Werde ich nicht hinkriegen, aber Versucht man's Vielleicht schaffe ich's noch Ich mein, ich habe Fähigkeitspunkte Ja Toll Ansonsten hab ich nix, weil Schlecht Schlecht, schlecht, schlecht Na, das ist einfach Oh, nee Schlimmste Karte von Die gibt auf Welt, aber Was werden wir machen So, auf jeden Fall werde ich diesmal Ja guck, hier starte ich dich mit so auf hier Wir sind ein starkes Volk Okay, du gehst da lang Und du gehst da lang Obwohl es dumm ist, die auf Attack Move zu schicken Weil nämlich Das machen wir jetzt mal zu So Hier geht dahin Und dann dahin Und dann dahin Ihr seid die Eins Und das ist die Zwei So, ihr geht da, 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 da Ach Ich muss das ja mit Alt machen Ja, ja, ja Oh Mann Das find ich so doof, dass das hier alt ist Jedes andere Strategiespiel Hat das auf Shift Nee, Herr der Ringe, EA, muss ich denken Ich mach das anders als alle anderen Weil Alt ist so viel besser als Shift Nein, ist es nicht Alt ist nicht besser als Shift Für, für, für Also, ne Uff Ähm Dann brauch ich da noch mit Launchhüter Oh, jetzt kommen die unten herum Hm Sexy Sexy Reiter, die unten herum kommen Wer, wer, wer kennt's nicht, ne Wer liebt's nicht Gibt's zu? Ihr steht auch auf sexy Reiter, die unten herum kommen Das Da braucht's euch nicht schämen Das, das, das Das geht mir nicht so Ne, das ist ganz natürlich Gut, ihr seid zum Arsch Ist natürlich bedauerlich Weil die hätte ich gern gesnackt Aber alleine schaffe ich das nicht Wir haben ein neues Gebäude So Schützt dieses Land Haltet nach dem Feind Ausschau Aber ihr könnt's So dort hin Ja, aber wir müssen ja jetzt nicht gegen den Drachen kämpfen Wir können ja einfach Den Drachen ignorieren Eigentlich dauernd Shift Das ist so nervös So, das hab ich ja antizipiert Deswegen kann ich mich hier um die Reiter kümmern, dass die sterben Meine Fresse machen die viel Schaden Okay Hier ist ein Boromir Das ist gefährlich Da muss ich mich nochmal zurückziehen Äh Alter Klappt's eigentlich jetzt Wow Ähm, was? Er macht's doch mal Hallo WTF Haben sie jetzt beide getötet? Ist ja nicht so cool Sie können uns nicht trotzen Okay Da, wir haben hier den Andereiten Unsere Stadt wird größer Größer ist der Reiter Äh Wundschottet ihr jetzt trotz? Nein Okay Florian schickt seine Bösen Feuer Baumaterial Ah, jetzt hab ich ja nur noch einen Baumeister Das ist halt so bescheiden Warte, warte, warte Was macht ihr denn da? Ich bringe das Baumaterial So, was geht jetzt hier oben ab? Ja Warte Ja, ja, ja Geht nicht anders Na, vor dem Ok Ja, bisher müsste es passen Okay, also die ersten anderen scheine ich abgewehrt zu haben, die Ziele 50, ja. So, ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, mit Lantüter. So, dann gehen wir mal raus. Ne? Wo? Oh, okay. Da brauche ich dann zwei Bogenschützenbataillone. Das geht hier ab. Deswegen. Oh, nice. Okay, easy. Na, macht, warte mal. Ist schon okay. Ja, das muss ich irgendwie verhindern. Beziehungsweise, ich könnte ja da versuchen, das da anzunehmen. Hallo. Okay, aber die Menschheitszahl sterben hier nicht. Oh, das ist gut. Wenn ich das bekommen sollte. Ich würde immer noch gerne da runter gehen. Kommt jetzt hier noch mehr fahren? Erstmal nicht. Okay. Schafft ihr den Baumeister? Nice. Sehr nice. Sehr nice. Das ist natürlich bedauerlich. Das ist natürlich bedauerlich. Ich schießt mal so viel aus. Okay. Das dauert ein bisschen, aber es sollte passen. Ich schick nie mal so rum. Das da ist gut. Das da könnte gut sein. Nee. Nein, nein, nein. Da. So. Was machen die denn da? Oh. Okay. Das ist natürlich ungeil, aber theoretisch müsste ich doch irgendwo mal rauskommen und was machen können. Wie geht's bitte da hin? Ja, genau. Ist der Dach jetzt tot? Nein, lebt noch. Oh, bitte, 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 bitte. Nein, der atmet nicht mehr. Schade. Wir haben ein neues Gebäude. Bedauerlich. Wuh. Und was war das denn? Wow. Schafft's er das? Vielleicht. Sieht nicht so aus. Schade. Aber okay. Aber auch nicht. Habe ich jetzt den zweiten Baumeister in Auftrag gegeben? Ah ja, der ist da. Wir haben noch viel zu tun. Weil ich brauche nur meine Kaderne. Und dann muss ich mich hier ausbauen. Schafft's. So. Schafft's er das oder stirbt's er da? Hier hat es aber keine Türmchen mehr noch dabei Uff 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 Mann Wow wie schlecht Wir müssen die Wälder schützen Wir haben eine Konferenz errichtet Böter ist bereit Wir müssen Mittelerde beschützen Macht euch bereit Elf Sie werden uns nicht sehen Uff 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 Ne warte 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 Ja doch Ich lockere nur meine Arme Was liegt am Macht euch bereit Elf Uff Zerloten Uff Ok Ne 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 Dann mache ich hier jetzt zu Und versuche mich hier hin zu stellen Bleibt wachsam Elf Uff Uff Ich könnte meinen Midboard Archer brauchen aber Uff Uff Vielleicht soll ich auch ein paar Statuen bauen Uff Fangen wir an Vielleicht keine schlechte Idee Uff Ne Statue hin Uff Uff Zubauen So den Rest hebe ich mir auf Und die Adler sind nie schlecht aber Uff 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 Sagt mal Ritter von Dol an Leckt mich doch Mann Krass So hier müsste ja bald auftauchen Ne Das ist der einzige Engpass den er benutzen kann Natürlich haben wir die Waffen verloren und die Ritter töten alles. Ja, da brauch ich nicht aufs Dances gehen, das ich nie machen halt. Uff, uff, uff. Ja, jetzt müsste doch die irgendwann mal kommen, wie langsam der ist. So, jetzt gehts durch. So, die Sperre, die brauche ich. Halt es nach dem Feind Ausschau. Bleibt wachsam. Unsere Feinde kommen über uns. Sieht eure Waffen, ey. Wir müssen Mittelerde beschützen. Ah, ja nö, tötet's den doch. Haltet die Augen auf Schnellelden des Waldes. Ist die Frage, schaffe ich das hier überhaupt? Aber das muss nicht gut sein. Okay. So, ich kann mal endlich was ausbilden. Haben wir's jetzt? Wir haben ein neues Gebäude. Wo? Attacke! Wo sollen wir bauen? Okay, okay, okay. Fangen wir an. Es wäre nett, wenn ihr euch bewegen würdet, nachdem ich euch ein Befehl gegeben hab. Wollen sie aber nicht. So, da stehen sie, aber das ist erstmal egal. Hälter ist bereit. Wie wär's, wenn ihr den Gang noch zerstört? Hm? Werft sie in die Hölle zurück! Wie wär das? Fänd ich, fänd ich nice. Florian schickt seine Bösen. Wir haben kaum noch Urstandsfeind auf der Erde. Da, noch mehr! Nehmen wir Delfe! Ja, das kann ich auch. Zurück in die Löcher, die euch aufgespuckt haben. Spick sie mal! Kann ich sogar besser als die. Heute wird Blut fließen. Sie können uns nicht trotzen. Okay, dann kann ich es jetzt nicht trotzen. Halt die Augen! Schreibt dieser Wünsch! Ah, natürlich, aber hier denn! Klar, was? Stopp, die Mütis! Na komm! Ah! Was ist das? Elven mit Lonts! Wir haben noch viel zu tun. Es gibt springendes Baumaterial! Hey! Ähm, wie wäre es... meine Fresse? Ja, Zweig, also ist noch knapper. Ja, natürlich greifen solche Waffen. Natürlich ist der Baumeister Wittmann. Natürlich haben sie den Ring aufgenommen. Natürlich ist der tot. Das tollt mich die ganze Zeit... Wo laufen die denn jetzt lang? Ich sehe da nichts. Hä? Da muss zur Hand. Ja, hier hat es halt Zeloten und so. Das kann ich jetzt halt noch nicht töten. Wir haben noch viel zu tun. Wir kommen aus Lorien. Oh, trample, trample, trample. Hat sie irgendwo Türme? Ja, hat er es. Die Schlacht hat begonnen. Gehen wir bilden. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Wir müssen Mittelerde beschützen. Wir haben schon was gemacht, die Adler. Ja, wie oft er das benutzen kann. Das ist echt easy. Ich bringe das Baubatterial. Oh nein! Es wird Zeit etwas zu bauen. Das ist doch schön. Nein! Missklick! 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 Oh Missklick! Oh Missklick! Oh Missklick! Alter! Oh! Iis! Wo ist er denn? Oh! Das ist ja so. Heißt ja das Bild dran. Ja, Leute! Ja, ich bin mit Perl! Meine Gott! Wo ist er denn? Oh! einzusetzen, aber ich mag das jetzt so. Hier ein bisschen Schaden machen, da ein bisschen Schaden machen, dann hau ich hier noch irgendwie die Ends rein, wenns geht und mach halt kaputt, was ich kaputt machen kann. Bevor ich hier ewig saule, bin einfach nix scharf, soll ich hier nicht irgendwann mal aufmachen, sonst gehts ganz kaputt. Ja natürlich, das hole ich immer wieder an. Ja, alles mütet. Wo sind es, die Zeloten? Da. Also die Ends, die haben schon ein bisschen Schaden gemacht mit den ganzen anderen Bums, so, dann gebe ich mir jetzt ein bisschen Zeit. Ist natürlich nicht optimal genutzt, aber ist halt nützt. Was, was macht, was soll denn der Scheiß jetzt schon wieder? Nein. Wir haben ein neues Gebäude. Ich bin bereit. Bin schon unterwegs. Ich glaube, ich brauche die Hunde machen mit Passieren. Keine Ahnung. Ich komm zu nichts andern. Bleib bei mir. Wir kommen uns rüber. Ja, ne, 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 ne. Die Merkwurz alleine loszuschicken ist gefährlich. Das geht wieder wieder da. Ja. Wir müssen wachsam bleiben. Ah, okay. Wir müssen die Wälder schützen. So. Ah ja, Binkbull, ok, ist ja schon mal nicht schlecht. Das Schöne ist, dass ich jetzt Mürbwurz hier reinstellen kann. Das ist richtig gut. Dann kann ich hier runter gehen. Mal sehen, ob das trifft. Perfektes Timing. Boah, nice. Das war's jetzt. Da hat's Zerloten. Ah, die krieg ich nicht weg. Bedauerlich. Gibt es noch andere, die ich einnehmen kann? Glaub mir. Vielleicht gönne ich mir auch mal einen Tarnolder Krieger. Ach ja, wie viel Boni habe ich denn jetzt? 20, äh, 20 ist nicht viel. 20% ist nicht viel. Die will ich nicht alleine haben. Oh. Oh. Ja, richtig. Hier, das Tor muss ich nicht mehr rufen. Das mache ich wieder zu. Okay. Guck. Ich pass halt kaum auf, ne? Ich spamm einfach nur raus und das was. Aber das sieht okay aus. Hat's hier noch Türmchen? Es hat so wenig Türme auf der Nerf. Jeder Multiplayer-Spieler oder ein insgesamt Spieler wird mich jetzt hassen dafür, aber hier gibt's so wenig Türme. Da ist ein Baum. So. Das hat er noch. Irgendwas wollte ich ausbauen. Tor wollte ich reparieren. Ja, genau. Wir haben ein neues Gebäude. Los. So. Ich habe wieder eine Statue. Ich könnte ja auch einen Turm bauen. Ich könnte meinen eigenen Türme bauen. Wie OP wäre das denn? Kaffee. Das Gebäude muss fallen. Macht euch bereit, Elben. Da hat's nen Turm. Uh, da hat's nen Turm. Ja, ja, aber da hat's nen Turm. Das ist perfekt. So, zweiter Baumeister. Na Leute, hättet ihr gedacht, dass ich's schaff? Das müsste ich eigentlich immer vorher fragen. Wir müssen Mittelerde beschützen. Lehn hier bilden. Das müsste ich euch echt immer... Uh, ein Turmchen. Aber ich habe ja keine Bogenschützen. Wir müssen ihn standhalten. Sieht eure Waffen, Elben. Oh, 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 oh. Das ist ja fies. Wir müssen die Wilde schütten. Zerstört alles. Wir haben die Kaserne dabei jetzt. Okay, das kann man töten. Was sollen wir bauen? Ähm, das hat doch irgendwo anders noch Katapulte. Wir haben das Gebäude eroberte. Hier. Bildet rein, Bogenschützen. Ja, dann sind die Türme jetzt kaputt. Passiert. Macht aber nix. Wow. Ich bringe das Baumaterial. Baumaterial ist und dann lockere nur meine Arme. Was liegt an Lorien? Macht euch verhalten, schon zu viele Soldaten. Feuer! Sie greifen schon wieder an. Haben wir's nix? Bleibt wachsam. Sie nehmen unsere Gebäude ein. Wir können nicht noch mehr Soldaten führen. Oh, Katapulte. Ja, die Katapulte will ich weglaufen. Tatsächlich. Na, kriegt er das Katapult noch weg? Wahrscheinlich nicht. Macht aber nix. So, dann gehen wir mal weiter. Hier ist die Statue auch zerstört worden. Zeit für's Empting. Okay, dann kann ich mir hier Upgrades kaufen. Haltet eure Positionen. Seid Wasser. LOL. Wie das denn? Krass. Okay, ja, nice. Easy. Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber... Geil. Der ist weg, der ist tot. Rrrr, rrrr. Nehme ich überhaupt auf? Ja, okay. Das wäre jetzt echt mies gewesen für mich. Nochmal hätte ich das nicht machen wollen. Ja, nicht so hastig am Arzt. So. Ich möchte bitte Neugaukriegern. Triple Casona. So. LOL. Okay. Ich wollte nur kurz meine Augen entspannen. Böses Gebäude. Ne, was soll denn der Schwachsinn jetzt? Moment. Erst gibt's nen Baumbart. Wir haben kaum noch Rohstoffe. Wir haben unser Gebäude einkommen. Ah, der kostet aber 50. Okay. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Schwertkrieger. Schwertk... Also ich kenne nur Schwertkämpfer. Schwertkrieger ist mir neu. Schwertkrieger. Steht das... Steht das auch hier da? Schwertkrieger? Ne, da steht Fernkampf angriffen. Wir haben die Kaserne erweitert. Und das Schwertkrieger. Schwertkrieger. Kann ich ja so machen. Ne. 480. Ich hab den Bonus. Easy. Es wird Zeit etwas zu bauen. Noldor für 27. Jetzt sind die Noldor-Krieger halt günstiger als die Mirkwoods. Oh. Also die Mirkwoods normalerweise kosten würden. Das ist halt krass. Das ist halt krass. Wie so ein Sturm trotz. Ja dann trotz mal. 180. Das ist so günstig. Das ist halt geschenkt. Das ist natürlich bedauerlich, dass die KI jetzt nicht aufgibt. Weil sonst ist die Zeit vorbei. Das ist der Ring. Los, hol ich ihn euch. Aber. Whatever. So, Tor kann ich wieder aufmachen. Ich hab sogar repariert. Krass. So, und dann macht uns hier noch ein bisschen Bum-Bum. Es sollte nicht reichen, aber... Ja, dann können wir jetzt einfach nur noch drüber schlunzen. Das war's. So, Noldor. Noldor. Das ist der einzige Nachteil, wenn man was abbricht, kriegt man sich so viel Geld zurück. So. Aber drei Noldor-Krieger. Klar, sie kosten immer noch was, aber... Geht schon. Kann man schon machen. Easy. Baumaterial. Werkzeuge bereit. Werkzeuge bereit. Wo sollen wir bauen? Nice. Baumaterial ist unterwegs. Easy Geld. Easy gewonnen. Es war Zeit, etwas zu bauen. Wir haben den Rente hier und Messelerde kommt über uns. Okay. Easy. Geht. Erebor verteidigt. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Die Festung ist so kacke. Aber es ging. Manchmal bin ich lucky. So. Wir halten glaube ich natürlich mehr wieder nix. Habe kein Geld. Ich meine, ich hätte ein bisschen Geld, aber... Brauche ich es hier oben? Ja, ich bin schon. Komm. Ist egal. Hier oben kann es sich schaden. Unten stehe ich safe. Aber hier oben ist schon irgendwie wichtig. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauch-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.